Willkommen zurück bei Effect on Titan. Wir probieren es jetzt nochmal. Wir probieren es nochmal. mal weg tschakka 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 auf kurzen hausse mal Ja, das rücken wir bereits. Das bedeutet, wir können nicht gewöhnen. Das bedeutet, dass wir nicht gewöhnen können. 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 Ja, 14. Ich finde es ein Kaffee. Hallo? Also, ich versuche jetzt wie möglich, Gas zu benutzen. Ich würde den Buschengel anwenden. Ja, sorry, aber ich muss auf demgrund Voraussignal. Ich würde den Ausfluss zur Richtung bekommen. Ich könnte natürlich jeden einzelnen erlegen. Aber ich mache erstmal die Voraussignale. Die sind wirklich viel viel wichtiger. Oh scheiße. Da hat er uns gesehen, das ist ja egal. So, abzuwärts jetzt mal. Oh, das war schon tot. Na, Bigfoot? Ja. So, okay. Malzell. Malzell, aber hier. Malzell. Malzell, malzell. 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 Wir sind ein bisschen an dem Schlag. Malzell. Ich bin jetzt hier! Immer schön zu den Rauchssignalen, die sind super, super wichtig. Das ist nicht so, dass ich hier bin. so gut also weiter ich hatte aber echt lange Haare auch wenn ich vielleicht zweimal weiter schneller jetzt aber das ist echt gut, das ist doch echt schlecht äh ich bin ja guck 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 Die dritte, der hat noch ausreißen geblieben. Oh. Ich muss jetzt erstmal helfen. Oh. 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 Lieblich. Jetzt können wir gerne mal eine Klinge wechseln. Geht's auch ein bisschen schneller. Passe es, dass es immer so lange dauert. So, und jetzt hierüber. Ich verstehe auch nicht, warum es so nicht so ist. Ah, alles klar. Wenn wenigstens haben wir jetzt noch ein paar Sachen in der Tasche. Ja, mach schneller jetzt. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen in der Tasche. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das mal nicht erledigen können. Wenn du so ein Klinge wechselst, dann gehst du nur mit einem. Du gehst nicht! So, dann abhin. Oh, das gibt's doch gar nicht. So Leute, kommt mit. Wir unterstützen mal runter. Daher kann ich nicht weitergehen. Okay. Daher? 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 Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich würde ihn ja gerne... Ah, Mist. Ich würde ihn ja gerne schneller erledigen, aber der ist so stark. Ich wäre froh, wenn mal was abfahren würde. Zwei. Ich hab auch wieder kein Gas, das ist cool, ne? Jetzt steht er da oben und freut sich seines Lebens. Ja. Für den anderen Arm. Komm, komm, komm! Wenn der schon mal weg ist, ist schon... Tschüss! Nein, 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 nein! Ich schlille. Wreck. Nein. Ah, warte. Ah, er macht wieder noch ein paar Geräusche. Das ist immer ganz gut weg. Ich kümmere mich gleich darum. Ich kann ja von mir aus gerne hinterherkommen, ist mir auch egal. Aber ich brauche jetzt definitiv noch ein paar Sachen. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Das habe ich mir fast gedacht. Ich wollte gerade sagen, bitte springen da rüber. Gib mir alles was du hast. Viel. Was kannst du noch hier? Geil. So, Kling haben wir auch. Wo ist mein Pferd? Hallo. Muss ich da jetzt echt mal voll krass sagen, ey. Ehrlich. So. Und drüber. Ich glaube, wir füllen erstmal den anderen da. So. 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 SoUS Pferd. So. Uhu. Das war's für heute. So, das ist doch schon mal sehr gut. Weg, weg, weg. Warte mal, ich wollte was sagen, weil wenn die... Ja, hey, ging doch. Sehr schön. Wie kann ich jetzt nur eine Heideknauze? Das war knapp. Ach, ihr habt ihn getötet, er wäre das perfekte Test, ob ihr ihn lieben. Oh Gott, echt? So, da drüben, was gibt's denn da drüben? Was? Was? Ein Armmann der 34. Expedition. Diese Soldatin starb damals, ihr Name ist Ilse Langner. Ey, Ilse! Das Tagebuch der Soldatin, schau, sie schreibt den letzten Titan, dem sie begegnete. Ach, beschreibt. Er sagte etwas Bedeutungsvolles und sein Gesichtsausdruck änderte sich. Er schien nicht zu respektieren, was? Vielleicht war es das erste Mal, dass ein Mensch und ein Titan kommunizierten. Der Titan, der sie tütete, war intelligent. Das ist Ilse Langners Kampfprotokoll. Okay, aber hey, wir haben es geschafft. Ach, gut. Neue Ausrüstung, alles klar. Was gibt's denn hier Schönes? Qualitätsausrüstung, Titan-Kristallstück. Ich muss immer gucken, was wir von, wovon am meisten haben und wovon am wenigsten. Davon nehme ich dann gerne mal was mit selten, was selten Erdmetall. Okay, ähm, war langer Ewigkeit, wenn er höher wird. Ähm, immer der Erdnet extra dünne, klein. Jetzt, genau, jetzt geht die Musik wieder weg. Echt, ich verstehe das immer nicht. Ein ganzer komisch. Und, ähm, was kommt jetzt? Hm, Musik ist wieder da. Ein Ladebildschirm. Das heißt, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ihr so treue, liebe Seelen seid. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Danke.